Eine große Zukunft hat auch die Schweizerin Martina Hingis. Mit 14 Jahren ein echtes Tennis-Küken. Doch auf dem Center Court spielt sie schon ausgebufft wie eine ganz Große. Sie lässt ihrer Gegnerin Maria Sanchez Lorenzo aus Spanien keine Chance. Am Ende steht es 6 zu 4 und 6 zu 0 für eine junge Dame, die einmal das Erbe von Steffi & Co. antreten will. Nummer 26 in der Computer-Weltringliste. 14 Jahre jung und eine Schweizerin. Sie ist schon ein Phänomen, diese Martina Hingis. Weder verbohrt noch ein Tennis-Computer. Sie hat einfach Spaß. Nicht nur Match, auch im Training morgens um 10. Und das ist ungewöhnlich, nicht nur im Damentennis. Es gefällt mir auf der Tour. Ich habe viele neue Freunde gefunden und es macht mir Spaß. Und das glaubt man ihr, wenn man sie sieht. Der erste Auftritt in Berlin gegen die Spanierin Maria Sanchez Lorenzo dauerte genau 62 Minuten und war phasenweise eine Demonstration in Sachen variables Angriffstennis. 6 zu 4 und 6 zu 0 war das Ergebnis eines kurzen Arbeitstages. Ihre Gedanken waren jedoch schnell wieder bei ihrem größten Erfolg in ihrer noch jungen Tennis-Karriere. Und der war genau 8 Tage alt. Ich habe immer ziemlich gut gespielt und jetzt in Hamburg war ich sogar im Finale. Das nächste in Berlin wird übrigens am Sonntag gespielt. Wir nämen anrufen. Wir machen bör Liainge. Wir sehen uns wieder mal trotzdem. Wir freuen uns am Päßchen. Wir schaffen unter Strangcake. Wir sehen uns beim Roll.